ja die jahre leute an erzielen mit seiner weiteren aufnahmen mein kraft der gelbe leidt zusammen mit markus und foto juli schätze so und zwar hier einmal Prozent für euch sollen nur Hitze grauen zu hart bis auch immer mal weiße lulu wollte selbst machen um genau und hier was machen wir jetzt sagen wir können uns jetzt um die fahren da ich glaube ich schon mal was gekraftet er es bringt wieder alles okay ja ich habe ja nachts sich das heißt ich die tag und nacht ja alles hell die dritte und gerade eben hat einfach alles ist wegen angefangen weil die night vision die ganze Zeit ein und ausgeschaltet hat zwar nicht so lustig gerade das heißt genau ich muss jetzt gucken ob wir einen Farmer schon gekraftet haben nein mit einem obfrau machen oder so irgendwas das hat ja mit einer Farmer wenig zu tun ach so ähm wie heißt es mit dem Farmer ja wo du brauchst nicht ich glaube einer heißt Planter genau Blender habe ich schon zwei stück nämlich gekraftet wie heißt das andere ich muss jetzt nochmal bei der Baumfang gucken wie das heißt äh inzwischen Marco stehen hier schon ein paar mehr Bäume ne ich habe schon gesehen Harvester genau okay gut dann brauche ich einen Harvester davon brauche ich Gibt es bei ihm online auch davon brauche ich jetzt äh was ist so gibt's Harvester Harvester äh Thron dann theoretisch 2 ich glaube Harvester Neukäufter und Eve ist was anderes ne die mine Farm Harvesting heißt glaube ich Farm oder sowas so ernten Harvest Moon ja ernten ich habe ja mal ein Spiel Harvest Moon für Sandy oder für Gameboy so dann Sticks ähm dann brauche ich Gold brauchen wir zwei Pickaxes zack zack brauchen wir Plastic Shits was da aus Gold da ist haben wir genug und dann Factory Plastic Shits haben wir von dem Zeug genug mal welches gemacht ja los alles was sie braucht durch über produzieren naja klar muss man ja ich freue mich so viele tausend Stöcke gemacht habe ja okay das war echt unnötig nein das braucht man ab und zu immer wieder was denn tausend Stöcke Sticks die braucht man die ganze Zeit ab und zu braucht man es ja die das nicht ja da ich habe gar nicht die Waffe ausgeführt er kann zum Beispiel in der Banken wo soll es jetzt in Marken jetzt den Halt was so er das soll zweite Tasche für zwei Tage wie heißt das wir sind zwei Etage machen bei die Farmen setzen oder was ich habe mich auch noch ein bisschen awkward nein mach ich ganz sicherlich da, da awkward machen oh das ist gut geil oh ist hier unten hell hier sind richtig viele Pilze Pilze habe ich auch, ich glaube hier unten ist der Zombiespawner auch oh hier ist noch eine riesen Marvel Quelle und ein Mindshaft also falls wir noch mal ein Marvel brauchen, hier ist eine riesen Quelle ich habe einen Spinnreiter gefunden oh das Futur wo? ja, Todhäuser ja die Zombies sind aus wie du ach so boah Batman ist unbesiegbar ja jawohl und reparieren hä, sie ist unter der Erde alter trotzdem ich bin jetzt nicht mehr im Handschelfts drinnen ich farm die hier gerade ab, weil hier ist noch so viel Zeug drinnen ich habe einen Spawner gefunden, einen Spinnenspawner das unter uns ist anscheinend richtig viel zu Zeugs ja darum komme ich auch immer her das ist ein Gift auf den Tag das wäre schön, wenn die Zeit wäre scheiß Gift Spinenspawner oh Gott, spinnen die Schlimmste Schlimmste sind die Lappen, die hier mitmachen ja, das geht so ja, cool so habe ich es zwar nicht gemeint gehabt ah, passt das sieht geil aus wow Alter, wie schnell kann ich durch Spinnenweben laufen Ding mach ich auch ah, ich sterbe nicht wieder oh, ich hätte nicht was ich mach auf jeden Fall den Berg hier ringsrum noch weiter, gell, Michael also das Ding wird noch eingekaschelt so, ich renne hier gerade immer noch in den Spinnenweben rum aber es sieht gut aus ah, ich kann nur so schnell laufen wegen meinen solange ich den Boden würde, also wenn ich den Boden nicht mehr keinen Bodenkontakt mehr habe werde ich meinen Speedbonus, weil der ist ja in meinen Füßen drinnen ah, ok ich verstehe ich war jetzt mal vorher, bevor man zigtausend Ressourcen ausgibt ich fahr mal unsere ne, ich hab mich nicht informiert wie das ist, wenn man so in Spinnennetzen rumrennt mit dem Ding Alter, haben wir viele Enten äh, Hühner hatten wir ja, wir hatten viele ja, ich hab die auch die ganze Zeit vermehrt ja, ich vermehr sie jetzt auch wieder den Eiern, die sie getroffen haben eh, wie Erz, ich finde mal wieder eine schöne Farm-Folge das ist doch auch ein schönes Mal mit so IP-Equipment 3,6 äh, Eier und die Brötchen drücken noch Eier Spür töten was, 3,6? das sind ja immer nur 16 naja, trotzdem sind es dann mehr mehr ok mehr als was ich finde auch gerade einiges an Uran das ist auch gut das brauchen wir auf jeden Fall du hast Eichenholz-Bretter warum hab ich Eichenholz-Bretter dabei? Kann's mir geben hab ich ein System hab ich ein System ich bin nicht an da wer unter der Scheune rumgammelt unter der Baustelle hätte ich schnell mal der XP bekommen wenn man so eine Scheiße macht aber ich glaub dein Server ist grad leicht überfordert warum auch immer oh was und die Blöcke die ich grad abbaut tauch einfach wieder auf dann soll das ein bisschen leckt aber sonst ich hab mehr Arbeitsspeicher als je zuvor der darf jetzt noch weniger lecken normal ja, wenn wir den zu dritt in die Knie davon hat er auch geleckt du leckst noch ein bisschen ja das stimmt deine Verbindung ist nicht optimal aber sonst ja, aber ich hab schon wieder ein Spinnensporna wir sind hier mehr Skelette wie Spinnen aber das ist nicht mehr ja die sind ja alle in den Höhlen die hier an der Oberfläche ist worden ja alle random ich bringe auch gleich wieder ein bisschen Marvel mit oh, seit das von Eis kann einfach eine Giftspinne Dreck Alter, als Sporn jetzt tausende Giftspinne direkt vor mir nein, die Sporn sporn gern ganze Zeit ist hier nix los wenn ich versuche mich an die Sporn heranzubauen auf einmal nicht so scheiße naja, du aktivierst mir dann auch denn logisch ist aber so ne, du aktivierst den schon wenn du in dem Chunk drin bist der Chunk ist ein wenig größer als vier Blöcke und so hat es trotzdem dann noch mehr oder nicht das Scheiß Giftspinne ne, kommst dann Sporn da ne, da ne, ne ist da vielleicht noch n oh ich hab schon wieder den nächsten meinen Chef gefunden ich weiß gar nicht warum ich grad Rohstoffen fange irgendwie hab ich Bock drauf ich hab wieder einfach durch Minenrennen und Zeug mitnehmen oh ich hab wieder Uran ne, war das Uran? ne, es war ein Emerald Moment, ich jetzt wieder Strom Alter, hier sind einfach drei verschiedene Erzadern direkt ineinander Alter, da ist immer ein Block von dem Erz, dann ist wieder ein Block von dem Erz, dann wieder ein Block von dem Erz ich hab schon gar keinen Platz mehr für das Zeug so Dirt wegwerfen vorsehen nur der Futur wo grad sagen, brauche ich hab ich verbauen mit Stein als unterste Lager gestern und halt Markus Futter weißt du was ich grad ein bisschen eigenartig finde was wenn ich mich Lava nähere wird es dunkel ja, weil du neigt wischen drauf fast ja, aber warum wird es dann dunkler weil du zu viel Licht in mit, äh, reinbekommt ist so logisch beim Nachtsichtgerätplatz kriegst du siehst du auch weniger wenn es hell ist ja, du siehst weniger, aber es wird nicht dunkler, weil alles viel zu hell ist und du gar nichts es hieß bei einem Nachtsichtgerät also ähnlich das ist mein Quart ist es einfach hier wird es einfach dunkel wenn du dich der Lava näherst, das ist auch geil ich geh mal ein bisschen in der Lava schwimmen oh no, ich hab ne Kiste gefunden mit Kohle und Copper geil also mein Inventar ist jetzt randvoll mit Erzen ich schau mal, dass ich wieder an die Oberfläche komme wo bin ich grad irgendwo da oh, zwei Creeper vor mir oh Double Kill jetzt noch mal ne Truhe oh, noch ein Creeper der ist explodiert äh, Lapis Lazuli, Redstone Tinkern ja, alles eigentlich Mist brauche ich nicht das lass ich da, was ist das hier ne Kartoffel, ne Kartoffel brauche ich echt nicht wir könnten eigentlich auch mal so ein irgendwie ein U-Bahn-Ding bauen, wenn ihr so viele Schienen unterirdisch unterirdisch ja, das hat mir auch schon überlegt, aber das ist dann auch wieder so ein Risiko das haben wir mal gemacht, Sven, ne ja, haben wir der Schiene, dann sind wir da immer hingefahren da brauchst du auch wieder so eeeewig dafür ja, das... wir können ja einfach ne Schiene um unser Haus bauen, zur Farmen und so und einfach da die ganze Zeit so drei, vier mine karts im Kreis fahren lassen das können wir machen, ja, das wird mir schon cool oder, oder fünf, sechs Stück damit quasi wir die ganze Zeit halt eigentlich nur uns der Schiene nähern müssen und dann fährt mine kart vorbei und wir können mit dem direkt genau so Straßenbahn mäßig ja, zum aufspringen ja ich krabbe mich grad irgendwo neben uns am Haus nach oben ich bin grad Höhe... wie hoch bist du, du, Marc? ah, ich bin schon zugehörig an der Oberfläche, glaub ich, oder? weil, Leute, ich würd sagen, wenn ich jetzt an die Oberfläche erreiche genau jetzt, dann beenden wir auch die Folge toll toll, ich hab keinen Dirt hast du ja weggeschmissen weil es hier nur ich brauche ja, das brauchst du auch nicht, du aber ich hab nen Mining Laser da kann man schön die Oberflächen abgraben ja, dann hat man wieder Dirt schau, sowas hab ich nicht mehr ja, haben wir ja nur einen ja, brauchst du ja auch nicht mehr du hast genug Ressourcen verballert ey, übrigens, den Mining Laser hab ich gebaut ja, aber du hast jetzt genug Ressourcen verballert für deinen komischen keine Rüstung da ja, die war aber auch ziemlich gut, ne? ja, hat was... wie schnell ich jetzt immer zu gehen und herrennen kann und so ein Zeug, das ist schon ein Vorteil so, dann werfen wir die ganzen Schlons jetzt hier ins System rein und dann beenden wir das für heute dann kann ich nämlich noch rendern und mir was essen kochen bevor ich ins Training muss genau weil du musst ja jetzt eh weg muss jetzt dann auch weg, genau, das passt dann und dann nächste Folge kann ich dann die Farm aufbauen da wird dann Markus mal zeigen können, wo es hin muss genau und ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin Servus und Ciao Ciao Tschüss Outro 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 Outro